hier ist an der cover das ist so der live dvd ihr wisst bescheid auf jeden fall hier noch ein paar fakten zu meiner live dvd am ende des september oder anfang oktober kommt mein album raus süd berlin ist mein vaterland an der gewahrs produziert wie es wurde produziert ein paar dinge genommen aber sonst beizt genommen von anderen die natürlich illegal zum gratis waren auf jeden fall die musik selber produziert also das heißt sprach auf als in die web hat selber produziert da war ich mit brett einmal ein lied gemacht vielleicht kommt da noch ein zweites drauf da dafür will ich auch nichts sagen ihr wisst auf jeden fall bescheid ende september anfang oktober kommt mein album raus mit dieser live dvd auf jeden fall wird noch eins bekannt geben so mein kleines auto das heißt also sind ja nur zehn tracks war und das auto heißt jeder weiß wie scheiße in dem manchmal kurz an ich war schon lange am ende meiner greffe im prinzip wäre ich schon längst tot aber dann erschien ein teufel herab er sagte er sagte mir ich gebe dir das was du brauchst aber dafür musst du durch das harte leben gehen er versprach mir noch eins jeder weiß wie du heißt komm jetzt sagt mein name born anna kava born anna kava komm sag jetzt mein name born anna kava born anna kava anna kava schreiut anna kava schreiut joni black devil schreiut in den linium knack Camden das ganze land schreiut mein name anna kava denn jeder weiß wie ich heiße anna kava anna kava du weißt nicht wie ich heiße anna kava weg An der Kava, Bord und an der Kava Das ganze dann schreit mein Name An der Kava, denn jeder weiß wie ich heiße An der Kava, du weißt nicht wie ich heiße Dann sag ich's dir nochmal An der Kava, Bord und an der Kava Das ist mein Outro gewesen Und ja, das hört sich viel versprechend auch an, oder? Auf jeden Fall, das Intro habt ihr auch schon gehabt in YouTube Also insgesamt sind es im Prinzip jetzt schon 5 Tracks Die anderen 5 werden auch schnell gemacht Und wir sind ja erst gerade Anfang des September Aber Mitte September, sagen wir so Und ja, es dauert nicht mehr lange 5 Tracks Wie gesagt, die kriegen auch ja schnell hinterhergeballert Natürlich gucke ich auch, dass es gut ist Was ich gut kommt, kommt extra So eine Spezial oder so eine extra Tracks halt Das wird dann einfach auch in ein Album gesteckt Das kommt zwar nicht im Album, aber halt so eine extra Also so wie Mixtape nochmal extra drauf Was eigentlich nicht Album kam Das heißt dann auch Südberlin ist mein Vaterland Wird nur abgekürzt SB ist, also ist mein VL Und dann heißt es extra Tracks oder extra Song oder Mixtape Oder keine Ahnung, wie ich das nenne Wird einfach drin geschmissen Dann kommt die DVD Da geht es eigentlich im Prinzip Da gehe ich auf den Friedhof am Ende Gebe nochmal meinen Segen ab Dann erkläre ich nochmal, wie ich damit klarkomme Dass meine Mutter verstorben ist Beziehungsweise noch mein Onkel, der auch vor kurzem gestorben ist Am Anfang, da kommen noch ganz andere Dinge drin Da werden auch Freunde Da werden vielleicht ein paar Freunde mir sagen Wie ich eigentlich bin Wie haben sie mich kennengelernt Und mit Rap rappen Aber halt nur Freunde Kommt drauf an Wer alles mitmachen möchte Das ist auf jeden Fall die Undercover Live DVD Und also kurzer Einblick Das ist auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall